Musik Okay, was hab ich verpasst? Der eine ist hinter dir, der eine ist hinter dir. Der zieht die Treppe hoch, der ist unten, der ist unten. Sehr schön. Weil wir jetzt positive Schwingungen haben. Ich hab mit einem Zweis geholt und Eistee. Gummibärchen. Als ob er mich geholt hat im Keller. Der hatte so einen Lack. Nicht so schlecht, die Typen. Das Team-Runde musste bitte. Oh man, bitte. Bin ich ja wohl schuldig, nachdem ich meine Eltern schon ein paar Runden gefloot habe wie heute. Die kommen rein und fangen einfach wegzulabern. Fuck it, nein, 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 nein. Fuck. Sehr, sehr, gut. Dafür hättest du dir ein dreifaches sehr, sehr gut abholen können. Sehr, 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 gut. Ah, nice. Ich lasche unten rein, weil eine von denen da kommt. Weil das ist ein savebares Weibchen. Weil mein, 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 mein Maid und ich spielen. Da eine Frau auf dem Profilbild ist. Mein Maid kommt immer an, go cooking. Ohne Witz, der schreibt immer, go cook or suck the dick, but don't fuck me off. Oh, lenk den, lenk ihn ab, okay. Ich hab ihn abgelenkt. Ähm. Headshots oder Hinterlist. Jetzt zwei Möglichkeiten. Ich hab den alten Shop hergekauft. Reinst du das bei dir jetzt kaufen? Nein, ich meinte gar einen Shop. Ich hab ihn abgelenkt. Ich hab ihn abgelenkt. Ich hab ihn abgelenkt. Der andere hat mich irgendwo geholt. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht wegen mir abgeben. Weil ich stand da. Ich hab ihn abgelenkt. Was hast du denn genau getroffen? Was hättest du gedacht, aber mir irgendwie nicht so was? Ich kann nichts mehr machen. Nur noch entspannen. Rücksitze hoch. Rücksitze hoch weg. Ich weiß, dass ich mal beschlossen habe. Wir beide fliegen mal in Urlaub nach den USA. Und wenn wir uns dann live anhören können, dann können wir uns doch keine Rücksitze hoch bekommen. Dann können wir nicht mal nach Pakistan fahren. Sag mal, hast du die Augen offen? Manchmal. Beim Fahren nicht. Ach so, warte ich auch so. Ganz kurz, falls du meine Hilfe brauchst. Ich bin auf dem Fluch. Ich bin auf dem Fluch. Ach so, da meinst du das wirklich ernst mit dir? Überlässt mir die diesmal. Oh Mann. Was ist das jetzt? Wer muss ich? Nein. Alter. Das ist mal ne gute Runde. Dann. Ähm. Oh, der hat sich raus. Und danach, ab nach Pakistan. Ich muss drauf festneilen, dass wir das irgendwann machen. Schreib mal bitte. 107. Ach, Nick. Ich weiß nicht mal, wo denn Check. Y. Oh, das ist... Äh, Mango hab ich auch mal getrunken. Mango ist auch nicht so schlecht. Also ich hab so nen Mango-Gesaft von denen auch. Das find ich richtig geil. Euro oder so. In Amerika gibt's so ne Cola, die wie Hustensaft schmeckt. Das nennt sich Helgermeister. Das ist was anderes. Ich glaub, du gehst da ein bisschen mit der falschen Einstellung dran. Helgermeister schmeckt nicht nach Hustensaft. Hustensaft schmeckt nach Helgermeister. Hustensaft. 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 Ich bin echt gut... Aber es heißt doch Pukistinansia. Hustensaft. 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 drinnen sie ja erst mal nach der runde auf what you get a game bei dmd ist rundliebend noch einspielen ja dann haben wir aber deine vier von alten wins ich hab eigentlich gar nicht mehr wirklich gebrockt weiter wins jetzt haben wir gerade so schöne wins hinter uns ich glaube wir haben zwei wins von vier oder fünf matches ich glaube fünf ja was dein hacker ich glaube der aber trotzdem nicht ich glaube mal ganz ehrlich der typ ist ein paar gestillen sie ja paul wie viele likes wollen wir sehen auf diesem video schon so 1250 heute schaffen wir 1250 1250 ja dann machen wir da 1250 draus und dann und dann nicht na dann also wenn es euch gefallen hat wollen wir 1250 500 likes drauf sehen 1250 likes wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat dann das doppelte sehr hou wenn ihr euch gefallen hat dann seid ihr parkestrun Over ciao tschüss jau haute an мы 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 м из мы иты мы Sind wir mal ehrlich, wir sind alles schon langjährige Wichser. Jäger, lass dich nicht weiter stören, ich hole mir hier nur kurz einen runter.